Im Jahre 1949 entsteht ein großer Rummel um einen Mann namens Bruno Gröning, der in den Medien als Wunderheiler bekannt wird. Alles beginnt in Herford, einer kleinen Stadt in Westfalen. Immer wieder hört man von neuen, unglaublichen Heilungen. Selbst als unheilbar Diagnostizierte schwören auf seine Heilkraft. Die einen bezeichnen ihn als Messias, andere als Scharlatan. Schon nach kurzer Zeit meldet sich die Ärzteschaft, die diesem Phänomen mehr als skeptisch gegenübersteht. Gröning erhält daraufhin Heilverbot in ganz Nordrhein-Westfalen. Er zieht sich nach Bayern zurück, um dem Trubel zu entfliehen. Doch er wird von den Medien wieder aufgespürt. Innerhalb kurzer Zeit pilgern bis zu 30.000 Menschen zum Traberhof nach Rosenheim. Und wieder werden unglaubliche Heilungen bekannt. Gröning wird zum Mittelpunkt öffentlichen Interesses. Es kam ja von New York, von überall hin. Einmal war sogar der belgische Kolonialminister da. Ich kann mich noch gut entsinnen. Und dann kamen Leute, also reiche Amerikaner, die von New York sogar herflogen. Ja, die boten einem, die legten einem einen Ring auf den Tisch, nicht wahr, und sagten, hier bringt man dafür, wenn du mich jetzt zu Gröning bringst. Aber das war ja gar nicht drin. Grundsätzlich nicht. Die Autoschlüssel wurden hingelegt, das Autokwartier. Für die damalige Zeit war das schon verdampflockend, nicht? Bei einem Auto überhaupt nicht zu denken. Und dann haben wir aber eben einen Standpunkt gehabt. Ich weiß, da habe ich bittere Vorfälle von der Frau. Ich fliege extra von New York her und so weiter. Die war sehr reich. Aber ich habe gesagt, naja, schon so dieser Kriegsversehrte aus der Ostzone. Was meinst du, wie lange der gebraucht hat, bis der hierher kam? Sie kommen leichter von New York nochmal her, als wie der Kriegsversehrte nochmal hierher. Ich will damit nur diese Grundeinstellungen dokumentieren, die wir eigentlich gehabt hatten. So etwas konnten wir gar nicht anfangen. Das wären es uferloser. Wir hätten uns da gesund stoßen können schon. Also die Möglichkeit war absolut wahnsinnig. Wir hatten damals eben die Aufgabe, über eine Rosenheimer Zeitung da am Traberhof über Herrn Gröning völlig neutral zu berichten und einfach nur zu beobachten, was sich da so tat. Und im Laufe dieser beiden Tage kam dann irgendwann am zweiten Tag plötzlich die Weisung, doch etwas skeptischer respektive sogar negativ zu berichten. Gröning steht selbstverständlich auch am Traberhof im Blickpunkt des Geschehens. Die Pressevertreter kommen in Scharen. Immer wieder stellt er sich den Fragen der Reporter. Doch der anfänglich wohlwollenden Berichterstattung folgt eine regelrechte Rufmordkampagne. Ein Journalist namens Graf Soltikow taucht auf, der eine ausführliche Berichterstattung über Gröning ansprebt. Er stellt Gröning vor die Wahl, positiv oder negativ über ihn zu berichten. Material hätte er für jeden Fall reichlich gesammelt. 50.000 D-Mark verlangt er von Gröning, wenn er von der negativen Berichterstattung Abstand nehmen soll. Gröning weigert sich. Soltikow macht seine Drohung wahr. So kommt es zu den ersten großen Diffamierungen in der Presse. Auch die Ärzteschaft regt sich wieder. Der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer, Senator Dr. Weiler, lässt ein Flugblatt gegen Gröning veröffentlichen. Er schreibt, Obwohl ich keine Gelegenheit hatte, eine Heilung durch Herrn Gröning zu beobachten und daher in dieser Hinsicht auf die Presseberichte angewiesen bin, glaube ich mir dennoch ein Urteil über das Wesen der dabei sich abspielenden Vorgänge erlauben zu dürfen. Hundertfältig hatte ich in den letzten Jahren des Ersten Weltkrieges Gelegenheit, gleichartige scheinbare Wunderheilungen zu vollziehen. Heilungen von seelisch bedingten Störungen werden vielmehr auch von Ärzten in zahllosen Fällen erreicht, allerdings ohne dass davon viel Aufhebens gemacht und die Öffentlichkeit in Alarmzustand versetzt wird. Wie die Ärzte dort hingekommen sind auf den Balkon, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass der Gröning mit Abstand von den Ärzten war und hat zu seinen Leuten runter und hat denen eben gesagt, sie werden schon Hilfe kriegen oder so ähnlich und dann auf einmal hatte einer von den sechs Ärzten ein Mikrofon, sonst hatte niemand ein Mikrofon, aber der hatte ein Mikrofon und der ist vorne an den Balkonrand gegangen und hat eben zu den Leuten runter gesagt, was wollt ihr denn mit dem Scharlatan? Also der hat sich fürchterlich ausgelassen über den Gröning und sowas gehört verboten. Vielleicht haben sie auch gedacht, der siedelt sich jetzt hier an und die einheimischen Ärzte, die verlieren dann ihre Praxen. Die Kleinen, die um ihre Existenz fürchten mussten, dass da jemand geheilt wird, den er jahrelang in seiner Praxis hat und Geld bekommt, ist ganz klar, dass sie ihn hassen mussten. Aus dieser Tatsache ist das geboren worden. Das Gros der Ärzte war natürlich nicht glücklich bei dem Gedanken, so kann man es auch ausdrücken, dass es jetzt jemand geben soll, der bloß jemand anschaut und sagt, du bist geheilt. Die haben dann gesagt, entweder spinnt er oder er ist ein Lügner. Er hat weder gesponnen noch gelogen. Er war sich seiner Sendung bewusst. Die durfte ihm niemand nehmen. Er hat aufgezeigt, dass es möglich ist, geistig zu heilen. Das schließt alle anderen Heilungsmöglichkeiten nicht aus. Homöopathie, Akupunktur und was immer noch heute existiert an Heilungsmöglichkeiten, die können alle bleiben. Aber der Gröning sagte doch immer, Gott ist der Heiler. Auch der mittlerweile fertiggestellte Kinofilm über Gröning wird von der Ärzteschaft aufs Schärfste angegriffen. Er löst einen regelrechten Proteststurm aus. Verschiedene Persönlichkeiten des öffentlichen Gesundheitswesens, darunter wieder Dr. Weiler, zeichnen dafür verantwortlich. Als Begründung des Einspruchs wird angeführt, dass von einem jeden Gröning-Film schwere gesundheitliche Schädigungen und Störungen der öffentlichen Ordnung zu befürchten seien. Dr. P. Lambrecht stellte bereits zu ähnlichen Vorgängen in Herford fest, Es ist nicht verwunderlich, dass die Ärzteschaft gegen ein Phänomen Sturm läuft. Das war zu allen Zeiten so. Wäre Christus heute da, so würde man ihm sein Handeln ebenso verbieten wie vor 2000 Jahren. Man würde von ihm verlangen, seine Befähigung als Heilpraktiker unter Beweis zu stellen. Die Ärzte sind alle dieselben geblieben und haben nichts gelernt. Es ist nur wieder der Konkurrenzneid. Vor allem wird Gröning der Vorwurf der Massen-Suggestion gemacht. Berichte von Fernheilungen sprechen allerdings dagegen. Er forderte die Leute anwesend auch auf, an eine Angehörige zu denken, wenn er selbst keine Gebrechen oder keine Krankheiten hätte. Und das hat mich veranlasst, an meinen Vater zu denken, der also seit dem 18. Lebensjahr, und zu diesem Zeitpunkt war er 49, immer Magengeschwüre hatte, bei jedem Essen, vor dem Essen, nach dem Essen, Medizin schlucken musste, um überhaupt zu existieren. Und das war natürlich für mich ein Anlass, an ihn zu denken. Und nach etwa zwei Tagen habe ich einen Brief von meiner Mutter bekommen, worin sie mir schilderte, dass Vater von der Arbeit heimkam. Ich weiß nicht, war das Nachmittag um drei oder Abend um fünf oder sechs? Ich weiß nicht, den Zeitpunkt weiß ich nicht. Und da musste er sich übergeben. Es kam eine grün-gelbe Flüssigkeit. Meine Mutter hat das natürlich dann auf die Gallen geschoben, das ist klar. Also am gleichen Tag, wo ich am Traberhof war, ist das geschehen. Und von diesem Tage an hatte mein Vater keine Magengeschwüre mehr. Null, null. Ich muss auch noch dazu sagen, er glaubte genauso wenig, wenig wie ich an Gröning. Da machen wir es mal nicht so. Und er hat es auch nachher nicht geglaubt, dass es durch mein Dabeisein bei Gröning war. Das hat er auch nachher nicht akzeptiert. Aber er konnte sich natürlich selber nicht erklären, warum das dann passiert ist. Aber jedenfalls waren seine Magengeschwüre fort. Er hat also alles essen können und auch keine Medizin mehr gebraucht. Und das hat, wie ich ein Fisch trinken konnte. Mein Vater wurde, Moment einmal, 86 Jahre alt. Und da bin ich ein Fisch gestritten, das hat er auch bis zum 86. Das Lebensjahr nicht mehr gehabt. Er hatte keinerlei Magengeschwüre mehr. Er war vorbei. Er konnte alles essen und konnte alles trinken. Beindruckt hat mich eigentlich das erst nachher, solange ich dort stand, solange er sprach, hat mich das eigentlich null beeindruckt, um es ganz ehrlich zu sagen. Nur als ich die Wirkungen sah bei den Rollstuhlfahrern, bei den blinden Jungen und dann nachher, ein paar Tage später, war mein Vater, da war ich natürlich ganz andere Meinung. Das ist logisch. Dann muss man seine Meinung ändern. Vorher habe ich das, na ja, ich will das gar nicht so formulieren, als was ich das angeschaut habe. Nicht? Denn die Tatsachen überzeugen das. Und das andere, ich bin also keiner, der so schnellgäubig ist, aber so. Ich muss zuerst so verschiedener sehen. Auch am Traberhof erreichen Gröning wieder unzählige Briefe. Die Bitten um Hilfe und Heilung reißen nicht ab. Unter anderem wendet sich Katharina Gor an ihn. Und dann haben wir zu Hause einmal gesagt, mein Gott, wert ist nichts für meinen Onkel. Der Mann ist nun schon seit einigen Jahren so schwer belastet mit einem vorher nie gehabten Verfolgungswahn, der vielleicht seine Ursachen in einer Verschüttung im Ersten Weltkrieg haben könnte. Es war so schlimm, wenn er ein Flugzeug kommen hörte, wenn die angeflogen sind irgendwo aus Italien her, um München zu bombardieren oder dies oder jenes. Dann war er vollkommen aus dem Häuschen. Er hat geschrien, getoppt. Er hat sich die Fenster mit Brätern vernagelt. Er hatte nur Angst. Eine abgrundtiefen Angst. Sperrt sich dann in sein Zimmer ein, wird immer komischer, geht kaum mehr unter die Leute. Und wenn er wo war, dann war er eigenartig und aggressiv auch. Und dann ging er überhaupt nicht mehr weg. Und da haben wir uns gesagt, wenn man ihm Jahre jetzt gar nicht helfen konnte, auch kein Arzt. Wir haben ja auch beratend einen Arzt zugezogen. Er hat gesagt, wenn der nicht will, kann ich ihm ja nichts machen. Wir können ihm keine Spritzen geben, wir können ihm gar nichts tun. Na gut, der Fall wurde abgestrichen. Er war eigentlich ein Mensch, der halt jetzt vergessen wird allmählich. Wir durften ihm das Essen hinstellen, die Türe ging so einen Spalt auf, Essen rein, zugesperrt. Ich habe mich aufgeschwungen und habe einen kleinen Brief an Herrn Grünen geschrieben. Ich habe das geschildert, vielleicht auch nicht mit mehr Worten, wie ich es jetzt so erzählt habe. Und ich würde es herzlich bitten, ob er sich dieses Mannes annehmen könnte. Der Brief war weg. Und bei uns war nur Spannung im Hause. Wird man das beachten? Wird man überhaupt den Brief anschauen? Bei Tausenden von Post jede Woche? Und eines Tages, gar nicht so übermäßig lang, ich glaube, es war eine gute Woche, kam eine kurze Antwort. Herr Grünen lässt uns mitteilen, dass er sich am Sohn zu filtern, ich kann Ihnen leider den Tag nicht mehr sagen, mit meinem Onkel beschäftigen wird und dessen Krankheitsfall. Wir möchten doch gut aufpassen, was am Sohn zu filtern um 18 Uhr geschieht. Bitte beobachten Sie den Mann, aber machen Sie es nicht auffällig, nicht, dass das gestört wird. Und wir haben das getan. Wir saßen schon ab halb sechs mit einer Spannung da drüben und mein Onkel hat da oben ein kleines Zimmer und auf einmal hörten wir, was beim Tag sonst nie geschah, wie er aufsperrt. Und zwar, ich sage, drei oder fünf Minuten nach sechs. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich denke, dass Herr Grünen sich vielleicht schon vorher mit ihm befasst hat. Wissen Sie, denn so schnell konnte mein Onkel sich ja gar nicht anziehen. Der war komplett angezogen, mit dem Anzug, mit Hut, hatte seinen Stock, ging die Treppe runter, ging zur Haustüre, was er mindestens, ich betone, also, kann man sagen, vier Jahre vielleicht, länger, nicht mehr getan hatte. Ging zur Türe, wir hatten Vorsichtshalber schon aufgesperrt, ging raus, ging an unseren Fenstern vorbei, dort drüben. Und also, ich weiß noch gut, dass meine Mutter meine Hand gehalten hat, ganz krampfhaft, weil wir ja so voller Spannung waren. Ich ging dann vorsichtig vors Haus auch, um ihn zu beobachten, was er tut. Und dann hat er den kleinen Weg eingeschlagen zu einem sogenannten, wir sagen Sitzbankerl, also zu einer kleinen Aussichtsbank, die so eine Buchen, wie ein Dach oben drüber hat, so eine Buche. Und dort saß er. Das war früher sein Lieblingsplatzerl. Wenn er sehr ermüdet war am Abend, dann hat er gesagt, ich gehe noch mal zum Maurer-Sitzbankerl. Der Grund und Boden gehört nämlich einem Hof da drüben, der Maurer heißt. Und da war er, und dann kam er wieder zurück. Ich bin schnell zurückgelaufen, habe zu meiner Mutter das gesagt, und ich meine, beide haben geweint. Und ich muss auch sagen, ich verstehe das heute, dass wir so gerührt waren. Denn wenn man so eine Änderung und wirklich fast auf die Minute, ich sage immer, das berührt mich heute noch, wenn die den dann gesehen haben, die Älteren, die sind alle stehen geblieben, haben sich umgedreht. Die haben ihn doch schon Jahre nicht gesehen gehabt. Da hat jeder gesagt, ja mein Gott, was ist denn da passiert? Das ist ja der Schweizer Nickel. Und wenn sie ihn dann auf einmal sehen, ich sage ja, die kleinen Kinder, die hatten ja gar nicht mehr gekannt. Die haben gesagt, ja wer ist denn das? Wer ist denn das? Für uns war es wie ein Wunder. Und das blieb bis zu seinem Tod. Freundlich, nett, ein liebenswerter Mensch. Bruno Gröning spricht auch in Radiosendungen zu den Menschen, wodurch ebenfalls Fernheilungen geschehen. Ja, also ich war elf oder zwölf Jahre alt und wir waren sechs Kinder und ich war die letzte, also die vorletzte von den sechs Kindern und meine Mutti hatte von den vielen Geburten wahnsinnige starke Hämorrhoiden und immer viel Schmerzen und sehr viele Beschwerden. Und die Ärzte haben das also nie in den Griff bekommen, mit Salben oder mit Zäpfchen. Es ist nie geheilt, es hat gelindert, aber es ist nie abgeheilt. Und die Mutti hat immer über starke Schmerzen geklagt. Und ich kann mich erinnern, wir hatten so ein ganz kleines Zimmerchen neben der Küche und ich saß auf der Couch und habe irgendein Buch, glaube ich, gelesen und die Mutti saß auf so einem kleinen Tischchen unter dem Volksempfänger, so ein ganz alter Volksempfänger hatten meine Eltern. Und ich habe nur so mit dem halben Ohr gehört, dass ein Bruno Gröning im Radio sprach. Und die Mutti horchte ganz aufmerksam und ganz gebahnt zu und ich habe mal aufgeschaut und habe die Mutti angeschaut und mir fiel auf, dass sie irgendwie ganz angespannt war und irrsinnig konzentriert und intensiv zugehört hat. Und ganz bewusst ist mir noch die Stimme von Bruno Gröning, er sagte irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, kommt alle zu mir oder so ähnlich, ich helfe euch. Irgend so ein Satz war das. Und ich weiß nicht, warum, ich blickte die Mutti immer an und sie war ganz gespannt und plötzlich ganz leichenblas im Gesicht. Und sie sprang vom Tisch runter und mein Vati kam rein in das Zimmer und sagte, was ist mit dir, was ist mit dir? Und die Mutti sagt, ich habe keine Schmerzen mehr, ich habe keine Schmerzen mehr. Ich muss noch nachträglich anführen, an diesem Tag waren die Schmerzen ganz besonders schlimm. Und die Mutti sagt, ich habe keine Schmerzen mehr, ich habe keine Schmerzen mehr. Und der Vati war irgendwie, der wusste gar nicht, was los ist und ich war auch ganz, ganz weg, weil ich wusste, die Mutti hat eben an dem Tag, war eben sehr belastet durch diese Schmerzen. Und von dem Tag waren die Schmerzen weg und sie hat sich dann nachuntersuchen lassen, weil sie selbst nicht glauben konnte, dass sie also völlig beschwerdefrei war. Und ihr Arzt, ihr Hausarzt hat sie untersucht und der Darm und Innen, da wo diese Innenhämorrhoiden auch waren, das war alles glatt, alles sauber, diese ganzen Knötchen, alles weg. Meine lieben Heilungssohnen, jeder Heilungssuchende kann nur empfangen, wenn er sich von seinem Leiden frei macht. Lassen Sie bitte von Ihrem Leiden ab. Und so sende ich Ihnen hier mit die Heilwelle, nehmen Sie sie auf, beobachten Sie Ihren Körper weiter, horchen Sie in Ihrem Körper rein, konzentrieren Sie sich darauf, was in Ihrem Körper geschieht. Es gibt vieles, das nicht erklärt werden, aber nichts, das nicht geschehen kann. Aufgrund der scharfen Angriffe der Ärzteschaft verändert sich auch die positive Haltung des Bayerischen Ministeriums. Die Situation spitzt sich für Gröning ähnlich wie in Herford immer mehr zu. Er selbst, der die Massenansammlungen nie anstrebte, die die sensationelle Berichterstattung der Journalisten verursachte, weiß, dass es so nicht mehr weitergeht. Doch je schwieriger sich alles für Gröning am Traberhof gestaltet, desto mehr Menschen bieten ihm Hilfe an. Ja, dann tauchte ein Herr Meckelburg auf mit seiner Frau und machte ihm das Angebot, also er würde ihm eine Heilstätte sozusagen organisieren, und zwar auf der Insel Wangerooge. Und irgendwelche Verträge wurden da unterschrieben. Ich weiß nicht, was er unterschrieben hat. Ich wurde sofort abserviert, sozusagen. Später hieß es auch, also mich könnte man dabei nicht gebrauchen, weil ich viel zu sehr auf seiner Seite wäre. Wäre ihm zu ergeben, hieß es gewesen. Und plötzlich waren sie alle verschwunden und ich saß da. Und er war auf der Insel Wangerooge. Also im Winter 1949-50 hörten wir eines Tages, dass Herr Gröning im Wunderheiler nach Wangerooge kommen sollte. Da waren wir eigentlich alle ganz gespannt, weil wir noch nie etwas von ihm gehört hatten. Und ich kam abends von meinen Eltern, hieß die Dejo-Straße runter, und da kam mir ein Strom von Reisenden entgegen. Und das war schrecklich, mit Tragbahnen und Rollstühlen und Aufkrücken. Und ich dachte, wo wollen die Menschen bloß alle hin? Ja, es entwickelt sich ein gewaltiger Rennen. Hunderte von Leuten. Die überströmten nach Wangerooge, sodass die Fährverbindung wiederhergestellt wurde. Die war ja längst die Saison vorbei. Und das fing neues Leben an. Otto Meckelburg organisiert auf Wangerooge an verschiedenen Orten Vorträge mit Bruno Gröning. Innerhalb kurzer Zeit ist er auch auf der Insel sehr bekannt. Frau Jansen ist damals mit ihrer Mutter in einem Kinosaal zugegen, als Gröning dort einen seiner Vorträge hält. Bruno Gröning bin ich begegnet, da war ich fünf Jahre alt. Ich hatte ein ganz starkes Hautexem. Was ganz schrecklich war. Der ganze Körper hat gejuckt. Und ich habe überall versucht zu kratzen. Und das heißt nicht nur einfach kratzen, sondern richtig ins Fleisch reingegriffen und Fleischstückchen richtig rausgerissen. Fürchterliche Schmerzen. Ein Juckreiz, der ist so lange da, also bis man aufgekratzt hat, das Blut fließt und dann geht das. Es war für meine Mutter fürchterlich und auch für mich auch. Denn es ist ja klar, wenn so ein Kind immer nur am Weinen ist und Schmerzen hat und sie hat zu jedem Strohhalm gegriffen, der ihr geboten wurde, da hörte sie, dass Bruno Gröning kommt und dass es ein Wunderheiler wäre und der allen helfen könnte. Na ja, und da sind wir dann hin. Im Kinosaal war folgende, Riesenunruhe gewesen und Unmut, dass er nicht da war, dass das so ewig lange dauerte, weil er um 8 Uhr angesagt war und er kam um 11.00 Uhr noch nicht. Und dann sind wir eingeschlafen zwischen den Knien unserer Mütter und endlich kam er, da war auch vollkommen stille. Und alle, die gehbehindert sind, die sollten auf die Bühne kommen. Das war eine Kinobühne, dazu waren aber ein paar Stufen. Und die haben tatsächlich vorne die Krücken weggeschmissen und die Rollstühle beiseite gestellt und sind da hochgegangen und haben einen Halbkreis um ihn gebildet. Oder einen Kreis um ihn gebildet. Und als meine Mutter denn, die hat mich geschnappt und haben den Arm geschnappt, hingegangen, die haben dann ganz entsetzt geguckt und dann sind sie aber zur Seite gegangen und Bruno Gröning stand da mittendrin und hat gesagt, was wollen Sie denn hier? Glauben Sie nicht? Und dann hat sie gesagt, wenn ich nicht glauben würde, Herr Gröning, ständig hier nicht. Und dann hat er ganz schnell meine Arme, Ärmel zurückgeschoben und gesagt, helfen Sie meinem Kind. Darum bin ich hier. Und dann hat er sich, er hatte Angst gehabt. Ich dachte, oh je. Aber dann hat er sich da runtergekniet, also in Hocke, dass er so groß wie ich war. Und da konnte ich ihn genau in den Augen sehen. Und da war ich ruhig, da war alles, ich habe gedacht, der hilft mir jetzt. Und dann hat er bloß die Hände genommen, über mich gestrichen und hat meine Mutter gesagt, gehen Sie beruhigt nach Hause, Ihr Kind ist gesund und lassen das nach 14 Tagen vom Hausarzt kontrollieren. Und wir sind nach Hause gegangen und ich habe zum ersten Mal die Nacht durchgeschlafen und dann zum Nachmittag, wo ich noch, nächsten bis nachmittags geschlafen habe, ohne überhaupt meine Arme zu bewegen, zu kratzen. Ja, und nach 14 Tagen ist meine Mutter mit mir zum Hausarzt hin und der konnte es bestätigen, es war weg. Es war wirklich weg. Ja, die Narben habe ich hier am Arm. So sieht das aus. Und da habe ich dann so von Bruno Gröning gestanden, als kleines Kind. Und da kann man sehen, an diesen weißen Flächen, wie groß überhaupt diese Narben waren. Tja, nichts hat geholfen, bis eben wieder hingegangen sind zu Bruno Gröning. Ja, und seit dieser Heilung ist gar nichts mehr. Es ist weg. Ich erlebte, das war in Wangerooge, dass da ein Lehrer ankam mit einem ganz mühselig, mit einem Spazierstock und der kam auf Gröning zu und Gröning sprach irgendwas zu ihm, nahm seinen Handstock und was mich eben damals in Erstaunen versetzte, er streckte seinen einen Arm aus mit dem Rechen und zerschlug den Stock auf seinem Arm und sagte zu dem Lehrer, den brauchen sie nicht mehr. Ich habe den am nächsten Tag, fuhr er mit dem selben Zug wieder zurück. Ich glaube, der fuhr nach Aurich, ich weiß es nicht. Und zwar, ich habe Waggons weiter saß, sah ich plötzlich den Lehrer sitzen. Ich gehe natürlich auf ihn zu, so hat der Freund, wie geht es Ihnen denn jetzt? Prima, sagt er. Alles weg. Der konnte prima gehen, keine Rückenschmerzen, alles großartig. Ja, das, was mein Schwiegervater, der Chef als Krankenhauser hier war, der sagte immer, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die können auch wir Ärzte nicht erklären. Ist schon so. Gröning gerät immer mehr unter den Einfluss von Meckelburg. Vertraglich hat er sich fest an ihn gebunden. Für Gröning erweist sich dies bereits nach kurzer Zeit als sehr nachteilig. Das war im Februar, das weiß ich noch, bin ich hingefahren. Für die Hinfahrt hatte ich das Geld, für die Rückfahrt nicht. Und Luftbahnhof hieß das Hotel, wo er war, Luftbahnhof auf der Insel Wangerooge, also beim Flugplatz. Und ich komme da hin und der Herr Kruse ist da, sonst ist keiner da. Und dann habe ich mit dem Kruse unterhalten und da denkst du, naja, so. Er guckt da auch nicht durch, wie das läuft. Und ich sage, ja, wo ist er? Ich muss ihn sprechen, ich muss den Bruno sprechen. Ja, sagt er, der ist schon am Land, der Karolinensiel da irgendwo und da ist der Meckelburg mit ihm hingefahren und dann machen die Heilung. Dann stellte sich heraus, dass der Herr Meckelburg überall Gelder vorausgassiert hatte und zwar höhere Summen mit dem Versprechen, Bruno kommt. Dass er Betrüger war, habe ich natürlich nicht gleich erkannt. Er gab äußerlich ja normalen Eindruck eigentlich her. Etwas süphesantes Gesicht vielleicht, hinterher gesagt. Aber ich sagte schon, er war ja dem Bruder meiner Frau auch um tausende betrogen. Er hatte angepumpt und nichts zurückgezahlt. Bis sich herausstellte, dass er eben Betrüger war. Da darf ich vielleicht noch mal auf die Situation, allgemeine Situation, zu dieser Zeit eingehen. Und ich habe damals auch ein Protokoll angefertigt, wo einige Vorgänge festgehalten wurden. Und zwar laut Aussagen eines Gastwirtsdorfs am Bahnhof Korallinensiel waren auch dort erpresserische Methoden von diesem Manager bekannt. Mir wurde ein Windmühlenbesitzer genannt, der mir dann persönlich bestätigte, dass dieser Mann von ihm einen Betrag von ca. 500 DM verlangt habe, wofür er zur Behandlung bei Herrn Gröning zugelassen werden sollte. Er war sicher ratbereit erklärt, 200 DM zu zahlen, sei aber von M zurückgewiesen worden mit der nochmaligen Forderung vom 500. Er habe daraufhin den Vorgang bei der Kriminalpolizei in Wittmund zu Protokoll gegeben. Und dort habe er bereits ein ganzes Aktenstück mit Protokollen ähnlicher Art vorgelegen. Außerdem sei ihm am Fall bekannt, wo er für dieser Mann für einen Besuch von Herrn Gröning 2000 Mark verlangt habe. Außerdem sollten folgende Äußerungen getan worden sein dort. Gröning ist mein bestes Pferd im Stall. Anderthalb Millionen habe ich einmal besessen. Das Dreifache werde ich jetzt wiederbekommen. Gröning spurt, wie ich will. Wenn nicht, dann eben mit Gewalt. Kuhlmann setzt sich zu viel für Gröning ein und ist ihm zu ergeben. Ich traf dann Bruno Gröning mit seiner ganzen Begleitung, auch seinem Manager, an diesen Bahnhof Karolidensiel, bevor sie aufs Schiff gingen. Und sobald ich also in Sicht kam, wurde er sofort von mir isoliert. Er ging nur kurz an mir vorbei und sagte, holen Sie mich hier raus. Dann war er weg und für mich nicht mehr zugänglich. Meckelburg, gegen den inzwischen diverse Anzeigen vorliegen, zieht sich mit Gröning nach Mittenwald zurück. Dort will er eine Heilstätte errichten. Ich hatte eine gute Freundin, das war die Maria Laffenthaler. Und die erzählte mir, was sie erlebt hatte. Sie hat drei Wochen Bruno Gröning aufgesucht und im Mittenwald endlich gefunden. Sie stand vor dem Haus und der Herr Meckelburg hat ihr geöffnet. und sagte, Herr Gröning ist nicht hier. Er ist nicht da. Sie soll wieder gehen. Und übrigens sagt er, müssten Sie mindestens 300 Mark bezahlen, wenn Sie zu ihm vorwollen. Und sagte, ich habe kein Geld. Aber ich warte hier, bis Herr Gröning kommt. und ließ sich das nicht nehmen und wartete im Flur. Das war dem Herr Meckelburg nicht recht. Nach fünf Minuten öffnet sich oben die Türe. Herr Gröning kam herunter zu ihr und sagte, kommen Sie doch zu mir. Und sie durfte drei Stunden bei ihm sein, hat Wunderbares erlebt und auch Hilfen bekommen, ohne was zu zahlen. Und sie hat mir gegenüber des Öfteren erwähnt, was hat Bruno Gröning für Menschen um sich, die für ihre Tasche Geld verlangen, wo sie genau jetzt wusste, dass Herr Gröning davon überhaupt nichts bekommen hätte, nur der Meckelburg für seine Tasche gearbeitet hätte. Und das hat sie so empört. Die zwielichtigen Geschäfte von Otto Meckelburg schaden dem Ruf Bruno Grönings auch in der Öffentlichkeit. Meckelburg sucht mit Gröning auch Heilungssuchende in Bad Wiessee auf. Hier kommt es zum ersten Kontakt mit Emil Kufus und seiner Tochter Ruth, die an Tuberkulose leidet. Beide haben das Vertrauen in die ärztliche Hilfe verloren. Meckelburg arrangiert das Zusammentreffen mit Emil Kufus und zwingt Gröning zu weiteren Besuchen. Herrn Kufus und seiner Tochter müssen wir auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Sie haben weiterhin größtes Vertrauen zu ihnen. Ich weiß aber, wie es um dieses Mädchen bestellt ist. Da kann auch ich nicht mehr helfen. Ach! Deshalb habe ich damals schon angeraten, dass die fachärztliche Kontrolle auf keinen Fall unterbleiben darf. Denn mir ist klar, wie gefällt... Das mag ja alles sein! Aber ich will trotzdem, dass wir Sie besuchen. Erinnern Sie sich an unseren Vertrag. Sollten Sie sich dennoch weigern, mir Folge zu leisten, werde ich Sie wegen Vertragsbruchs verklagen. Und das kann teuer werden, mein Lieber. Darauf würde ich es nicht ankommen lassen. Ich garantiere Ihnen, bei Vertragsverletzungen werde ich eine hohe Summe einklagen. Ich denke, wir haben uns verstanden. Trotz des massiven Drucks von Otto Meckelburg schafft Bruno Gröning es schließlich doch, sich aus der Umklammerung seines Managers zu befreien. Gröning behält im Fall Ruth Kuhfuß recht. Sie verstirbt am 30. Dezember 1950. Für ihn hat dies später weitreichende Folgen. Gröning erhält kurze Zeit später ein Angebot eines Heilpraktikers namens Eugen Enderlin. Er stellt ihm seine Praxis zur Verfügung, damit Gröning hier unter medizinischer Kontrolle Glaubensvorträge abhalten kann. Bereits zur Traberhofzeit hat er Enderlin Patienten zu Gröning geschickt. Er schreibt in einem Zeitungsartikel über seine Beobachtungen. Ich habe im vergangenen Jahr einigen meiner Patienten, denen durch die bis dahin bekannten Heilmethoden nach menschlichem Ermessen keine Hilfe mehr zuteil werden konnte, selbst den Rat gegeben, eine Begegnung mit Bruno Gröning zu suchen. Die Patienten begaben sich zum Traberhof und sind in meiner Behandlung verblieben. So konnte ich durch Nachuntersuchungen in meiner Praxis feststellen, dass die Einwirkung Bruno Grönings Innenheilung beziehungsweise Besserung ihres Gesundheitszustandes gebracht hatte. Der Enderlin war schon ein älterer Herr und dort gestaltete sich das so, das war auch, damit diese Massenaufläufe und damit das irgendwie an eine geregelte Bahn kam und auch juristisch nicht so angreifbar mehr war, wurden diese Patienten bei Herrn Enderlin voruntersucht von einer Ärztin, die damals auch tätig war dort und der Enderlin hat immer eine kurze Ansprache gehalten und erklärt, also um was es geht. Es war so, dass ich sehr skeptisch war und in Wirklichkeit überhaupt nicht glauben konnte, was man über ihn in den Zeitschriften und Zeitungen berichtete und ich wollte ehrlich gesagt auf den ganzen Schwindel draufkommen und saß nun da und der Herr Enderlin und er hat den Einführungsvortrag gehalten und hat eben berichtet über Bruno Gröning, wer er ist, was er alles kann, was er für Fähigkeiten hat, was er erlebt hat durch ihn und das war sehr interessant und dann auf einmal sagte er, beobachten Sie Ihren Körper jetzt und denken Sie aber nicht an die Krankheit, denken Sie an was Schönes, an etwas, was Ihnen Freude macht oder beten Sie und dabei dachte ich dann an ein Erlebnis, das ich am Vortag hatte, ich habe den Sonnenaufgang und Wörthersee erlebt bei der Bahnfahrt und wie ich das Bild so vor mir hatte und den Gedanken hatte, ach, du hast doch eine schöne Heimat, fuhr in meine großen Zehen eine Kraft hinein und das krippelte hoch bis zum Kopf hinauf und ich bekam Kopfschmerzen, Schmerzen hier in der Leber und hier in der Gegend und ein Krippel bis zu den Fingerspitzen heraus, gerade an diesem stillen Schmerz, wo die Krankheit drinnen war bei mir und der Ennerlin erklärte das dann, dass das wohl der Heilstrom ist und wir sollen das weiter beobachten und dass die Krankheit etwas von Unguten kommt und mit gar nicht zu Menschen gehört und dass dieser Heilstrom das dann bei dem Kopf, bei den Händen und Füßen abstößt. Als Herr Gröning kam, waren diese Schmerzen plötzlich dreimal so stark und als er dann sagte, gib den Kopf, Händen und Füßen hinaus, wie soll das gehen? Ich hatte doch 15 Jahre chronische Stirnhunker da und die Vereiterung verkrustet und verhärtet und fortgeschritten und die Ärzte sagen, da gibt es nichts mehr. Sie gehen ihrer Verblödung entgegen und die zweite unheilbare Krankheit war ein Leberschaden, den ich mir in Jugoslawien in Kriegseinsatz zugezogen habe, im Krieg. Und zwar hatte ich Gelbsuch, konnte nicht behandelt werden, nicht Diät leben. Und nach Jahren ging ich wieder zum Arzt, wie lange muss ich noch Diät leben? Ich bin ja schon am Ende meiner Kräfte. Und dann sagte der Arzt, ihr ganzes Leben, ihre Leberzellen sind kaputt gegangen und die wachsen nicht mehr nach. Und da konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass das bei den Händen und Füßen hinausgehen soll. Und das dritte Unheilbar war, Unterzucker, einem Ausmaß, Schwindelanfälle, sieben bis acht Würfen, Traumzucker im Tag, musste ich nehmen, um existieren zu können. Von Heilung war ja keine Rede. Aber das kann man nicht erklären, aber erleben. Und ich habe es so erlebt, dass nach dem Vortrag die Schmerzen auf einmal abgefallen sind. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich bin ein Zentnerlast leichter. So ein herrliches, leichtes Gefühl und ein Glücksgefühl zog ein. Und ich hatte das Gefühl, das kann nur die Gesundheit sein. Und ich ging dann zu Bruno Gröning hin, in einer solchen Begeisterung und Dankbarkeit und schüttelte ihm die Hände und sagte, Herr Gröning, Herr Gröning, ich habe das Gefühl, ich bin ganz gesund. Ich danke Ihnen. Und er schaute mich so an und durch und durch ging der Blick durch den ganzen Körper und sagte, Sie fühlen es nicht nur, Sie sind es auch. Sie sind gesund. Aber danke Sie nicht mehr. Danke Sie Gott. Er hat das getan. Das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Und am nächsten Tag brauchte ich keine Tabletten mehr nehmen. Es kam kein Schwindelgefühl. Was für mich unerklärlich war. Ich konnte den ärgsten Diätfehler machen. Ich bekam keine Schmerzen mehr. Und da wollte ich wissen, wie das geht. Der Herr Gröning ist ja auch nur ein Mensch, wie wir alle. Und was hat er gesagt? Danken Sie Gott. Er hat das getan. Und in dem Augenblick wusste ich, es gibt einen Herrgut. Ich bin gesund geblieben. Und damit war mein ganzes Leben umgedreht. Greta Häusler wird aus Dankbarkeit eine enge Mitarbeiterin Grönings. Einen Rückfall in die alten Beschwerden gibt es auch hier nicht. Bruno Gröning wird jedoch von Enderlin enttäuscht. Auch er entpuppt sich als Geschäftemacher. Gröning trennt sich von Enderlin wegen schwerster Preistreiberei, Veruntreuung, übler Nachrede und Vertragsbruch. Später behauptet Enderlin, sogar in der gleichen Weise arbeiten zu können wie Gröning. Auch ein gewisser Dr. Trampler, der Anfangs Vorträge für Bruno Gröning organisiert, behauptet später, ebenfalls ein Heiler zu sein. Er wird sogar in einer Zeitung mit dem Satz zitiert, Bruno Gröning ist ein Waisenknabe gegen mich. Wieso gerät Gröning immer wieder an die falschen Leute? Warum durchschaut er ihre wahre Gesinnung nicht? Ist er einfach nur zu gutgläubig oder besitzt er keine Menschenkenntnis? Unterwegs sagte ich zu Herrn Gröning, ich wünsche Ihnen eines in Zukunft, dass Sie keine Feinde mehr haben und dass Sie ungestört wirken können, dass niemand gegen Sie ist. Und da schaute er mich so liebevoll an und sagte, ganz falsch. Ach, denke, was habe ich denn jetzt falsch gesagt? Das muss ja so sein. Ich lasse ganz bestimmte Menschen an mich herankommen und lasse ganz an mich herankommen. Und die anderen Leute würden es ja nicht glauben, wenn ich das vorhersagen würde, dass er ein Dieb ist, ein Lügner und ein Betrüger. Und deshalb muss ich diesen Menschen die Gelegenheit geben, zu lügen, zu betrügen und zu stehlen. Aber ich sage ihm, das soll man nicht tun. Das darf der Mensch nicht tun. Und dann, wenn es so weit ist, dass er nicht umkehrt, irgendwann, dann stelle ich ihn. Da einige Menschen in Grönings Umgebung offensichtlich aus Profitgier handeln, stellt sich die Frage, ob er selbst ebenfalls finanzielle Interessen verfolgt. Also diese Vorwürfe haben wir oft über uns ergehen lassen müssen. Und ich kann das nur zu sagen, dass er überhaupt keinen Bezug zu Geschäften hatte. Und außerdem, dass er auch immer abgelehnt hatte. Er besaß ja überhaupt kein Geld. Und er brauchte auch oft den Ausdruck, Geld ist der Teufel. Er hatte eine ablehnende Haltung dem Geld gegenüber. Und uns war es auch strengstens verboten, Geld anzunehmen, auch nicht für ihn. Was man ihm da so anlichtete, dass er auch Honorare nicht verachtete, ging meines Erachtens nach so weit. Denn er hat eigentlich nie Geld genommen. Das war mehr seine Umgebung, die darauf achtete. Und schade, dass man das manches ihm dann anlastete, was also gar nicht in Tatsachen entsprach. Er war selbst sehr bescheiden, genügsam. Und da erlebte ich was Interessantes. Dann hat er plötzlich, hat er uns gezeigt, wie viel Geld er hat. Da hat er herumgegraust, ein bisschen so. Dann hat er 37 Pfennig auf den Tisch gelegt. Das war seine Habe. Ich habe auch nie gesehen, dass er je ein Geld angenommen hat. Eben, Geld war für ihn unwichtig, was für die meisten Menschen ja das Wichtigste im Leben ist. Das war für ihn unwichtig. Die einfachen Lebensgesetze, die waren für ihn maßgebend. Er war ein ganz einfacher, bescheidener Mensch. Ganz anspruchslos für sich persönlich. Ich kenne ihn eigentlich immer nur gleich gekleidet. mit einem Polohemd, eine graue Hose. Das war die Sommerkleidung. Im Winter war da noch ein graues Jackett da drüber, wenn das kalte Jahreszeit war. Aber das war eigentlich immer das Gleiche. Und vor allen Dingen, da er ja dann auch hier gelebt hat bei mir, habe ich ja auch festgestellt, wie bescheiden er mit Essen und Trinken war. Denn er hat mir mal erzählt, überall, wo er auftaucht, da meinen die Menschen, sie müssen ihm nur so ein großmächtiges Menü vorsetzen. Und das liebt er überhaupt nicht. Als ich den gesehen habe, wie der angezogen war, der kann gar keine Geschäfte gemacht haben. Weil irgendwann würde der sich auch mal für sein Geld was anderes zum Anziehen kaufen. Denn der kam nämlich nicht gerade vor ihm daher. Das waren immer so alte Lumpen. Ich sage jetzt alte Lumpen, obwohl das vielleicht keine Lumpen waren. Aber der hat überhaupt keinen Wert gelegt auf Äußerlichkeiten. Und der macht überhaupt keinen Eindruck, dass er irgendwo was Materielles an sich hatte. Ich finde, das war für mich irgendwo, waren lauter ideelle Einstellungen, die der hatte. Ich habe aber den Eindruck, dass er nie damit, also nie ein Mann war, der das von sich aus das Bedürfnis hatte, die Leute an sich zu ziehen und die Leute vielleicht auch Ria um Kasse zu bitten oder nur wohlhabende Patienten, um sich zu versammeln, sie zu sortieren, wen nehme ich und wen nehme ich nicht. Das alles, er wollte den Menschen helfen. Ich habe nie den Eindruck von ihm gehabt, dass er auf Geld überhaupt Wert legt. Das hat doch in meiner Gegenwart nie eine Rolle gespielt, ob jemand reich war oder arm. Ich war ja auch nur arm. Ich war nur eine kleine Krankenschwester, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich deshalb weniger bin bei ihm als andere, die viel reicher waren wie ich. Das war überhaupt kein Thema, Geld. Wir waren damals alle nach dem Krieg arm. Und ich weiß noch, in dem Vortrag sagte Bruno Gröning noch, wie ich damals dein hörte, wenn sie zwei Mäntel haben oder zwei Hemden zu den Männern, wenn sie zwei Hemden haben und es kommt ein armer Mensch zu ihnen und bittet sie um eins, dann geben sie ihm eins ab. Israel legt verschiedene überall Geld hin. Und er hat ein paar Mal gebeten, nehmen sie das Geld und dann nahmen sie das Geld nicht. Dann nahm Herr Gröning das Geld, sammelt es ein und steckt es einer Frau in die Tasche. Und wie sich das später hin, das war eine ganz arme Kriegewitwe, die Herr Gröning das Geld gegeben hat. Und die konnte sich ja nicht mehr fassen, dass es so etwas noch gibt. Da stand eine Schale auf dem Tisch, weil alle Menschen sich selber Gedanken machten, wie kommt Herr Gröning hier hin und wieder zurück. Wir müssen doch irgendwas dafür tun, er muss doch da, irgendwer muss ja auch was bezahlen. Und da hat jeder, stand die Schale da, wer was geben möchte, darf was geben. Und konnte das in die Schale werfen, aber verlangt hat niemand was. Das wäre sicher auch unter seiner Würde gewesen. Das passte nicht zu ihm. Denn es ist ja in der heutigen Zeit noch so, diejenigen, die Scharlatane sind und so quasi so halbe Geistheiler oder irgend so was, ja, die verlangen weiß Gott was. Und diejenigen, die wirklich was können, und die verlangen aber nichts. Denn es ist ein kosmisches Gesetz. Wer was verlangt für die Gabe, die ihm Gott gegeben hat, dessen Kraft wird weniger und ihm wird die Gabe genommen. Denn das kommt ja nicht aus ihm, sondern durch ihn. Es ist überhaupt nie vom Geld irgendwie die Rede gewesen. Ich habe auch nicht, wie nachher mal gesagt wurde, es hätte ein Teller irgendwo gestanden, wo man etwas drauf hätte hinlegen können, habe ich auch nicht gesehen. Es ist sehr viel in der Presse angeschrieben worden, nachher oder später, dass er sehr gut hätte davon leben können, was er bekommen hat. Aber von mir ist nie etwas verlangt worden. Bruno Gröning wird immer wieder mit Reportern konfrontiert, die nicht der Wahrheit auf den Grund gehen wollen, sondern nur eine sensationelle Berichterstattung anstreben. Die Familie Kellner hat mir dann später diesen Babylon hier gezeigt und gesagt, dass der Herr Gröning sehr oft da gesessen ist, am Tisch und gearbeitet hat. Und es gibt ein wunderschönes Bild davon, wie Bruno da in dem Babylon sitzt und der Hund daneben ist. Und es gibt eine illustrierte. Und da ist so ein Bild verwendet worden, zu einem Artikel. Und zwar hat man geschrieben, so hat Bruno Gröning in Südfrankreich sich's gut gehen lassen, an der Riviera. Und er hat die Spenden von den Ärmsten der Armen so verprasst und verwendet. Ich war so empört über diese Lüge und diese Verleumdung. Und da wusste ich, dass so vieles, was man über ihn berichtet hat, genauso gelogen worden ist. Und er ist verleumdet worden bis aufs Letzte. Ich habe auch andere Dinge miterlebt und die Presse hat es dann anders gebracht. Und daher erinnert mich dieser Babylon heute so daran. Gröning wird durch die Presse oftmals nicht nur verfälscht, sondern auch als Witzfigur karikiert. Seine Heilerfolge werden lächerlich gemacht. Man schreckt offensichtlich vor keiner Diffamierung und Verleumdung zurück. Wie er mir von seinen Kämpfen erzählte, mit der Presse, mit der Ärztekammer und so weiter. Da hat man mich versucht, für immer zum Schweigen zu bringen oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr, wie er es sagte. Und sehen Sie, hier oben, da war an der Wand ein Hefter, ungefähr zehn an der Zahl. Und da wies er drauf und sagte, sehen Sie, hier sind überall schlechte Kritiken über mich drin. Aber das stört mich nicht. Das stört mich nicht, nur es ist traurig. Da schaute er so ein bisschen melancholisch. Herr Bärlein hatte zehn Jahre lang starke Depressionen, musste oftmals sogar Valium einnehmen. Außerdem plagte ihn ein nervöses Magenleiden, er vertrug kaum ein Nahrungsmittel und litt an schweren Schlafstörungen. Bei einem Vortrag Bruno Grönings erhielt er eine Spontanheilung. Mein Mann war sehr interessiert, was über Bruno Gröning geschrieben wurde, hat er alles immer gekauft und gelesen. Auch ich habe ja noch Zeitungen immer wieder gebracht, von der Welt am Sonnabend nach Hause. Und dann stand auf einmal in der Presse ganz negativ über Bruno Gröning. Das wäre alles nur Suggestion, die Menschen würden wieder krank werden, das ist alles gar nicht wahr, dass die Menschen gesund davon werden. und mein Mann, der hatte schon jetzt diese Heilung und hat aber so einen Schreck bekommen. Durch liebe Zeit hat er gedacht, da werde ich ja wohl auch wieder krank werden. Es hat ihm so einen tiefen Schreck eingejagt, dieser Bericht, und es war wirklich so, dass er auf einmal wieder die alten Beschwerden bekam. Gröning sagt dazu, Diesen billigen Journalisten, die nichts unversucht lassen, Geld zu verdienen, denen ist es gleich, ob der Kranke gesund wird oder ob der Gesunde seine Gesundheit behält oder nicht. Die Hauptsache, er verdient. Eine eidesstattliche Erklärung von Karl Gröning aus dem Jahre 1952 verdeutlicht, dass manche Journalisten vor nichts zurückschrecken. Er schreibt, da ich mich schon seit längerer Zeit in einer wirtschaftlichen Notlage befand, wurde ich durch einen Journalisten, einen gewissen Karl Hohmann, angehalten, meine schriftlichen Darlegungen gegen meinen Bruder zu veröffentlichen. Es wurde mir gesagt, dass ich mit einer Veröffentlichung im negativen Sinne, unter der Schlagzeile Bruder gegen Bruder, viel Geld verdienen könnte. Herr Hohmann stellte mir dabei in Aussicht, dass für mich in diesem Zusammenhang gut 50.000 D-Mark zu verdienen seien. Er riet mir vor, keine Unwahrheit zurückzuschrecken, um der Presse möglichst sensationellen den Stoff zu liefern. Ich bedauere es heute außerordentlich, dass dies geschehen konnte, wie ich es auch bedauere, dass durch meine früheren herabsetzenden und unwahren Behauptungen meinem Bruder Bruno schwerer Schaden in Bezug auf seinen Ruf erwachsen ist. Ich nehme hiermit alle unwahren Anschuldigungen gegen meinen Bruder Bruno zurück. Darf ich noch etwas nachschicken? Ja, bitte. Das dauert ja wieder. Wir haben doch bestimmt vor einer halben Stunde bestellt. Was soll's. Heute haben wir ja mal richtig Zeit. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Hör mal, Fritz, hast du schon gehört, dass man deinem Gröning den Prozess macht? Was heißt hier meinem Gröning? Ich war einfach nur beeindruckt. Und bist auf einen Scharlatan reingefallen. Wer hätte das auch gedacht? Eigentlich wirkte er doch recht sympathisch. Na, wenigstens kommt der ganze Schwindel jetzt raus. Ich hab doch von Anfang an gesagt, dass der nur Geschäfte macht. Naja, man kann sich ja mal irren. Ich weiß nicht. Vielleicht tut man dem Mann auch Unrecht. Noch ist doch nichts bewiesen. In spätestens zwei bis drei Monaten sitzt er hinter Schloss und Riegel. So einer kommt nicht weit. Gröning wird tatsächlich angeklagt, fortgesetzt, ohne Erlaubnis die Heilkunde ausgeübt und damit gegen das Heilpraktikergesetz verstoßen zu haben. Die Meldungen überschlagen sich im Jahre 1951-52, als bekannt wird, dass ihm der Prozess gemacht werden soll. Bruno Gröning wendet sich an den Rechtsanwalt Dr. Reus, der ihn im Prozess verteidigen soll. In dieser Zeit wird gleichzeitig ein Obergutachten erstellt. Man hält es dabei nicht für nötig, Gröning persönlich zu befragen und stützt sich ausschließlich auf Presseartikel und auf das verleumderische Dokument Karl Grönings. Man kommt zu folgendem Urteil. Man könnte Gröning als eine triebhafte, in großen Bereichen infantile Persönlichkeit von unterdurchschnittlicher Begabung bezeichnen. Er scheint in erheblicher Weise krankhaft im Sinne einer neurotischen Störung der Persönlichkeitsentwicklung. Es handelt sich jedenfalls im Zeitpunkt der in Frage stehenden Vorgänge bei Gröning um eine seelisch abartige Persönlichkeit. Gröning muss sich in München zum ersten Mal wegen unerlaubter Ausübung der Heilkunde vor Gericht verantworten. Er wird sowohl in erster als auch am 19. März 1952 in zweiter Instanz freigesprochen. In der Berufungsverhandlung wird dieser Freispruch zwar bestätigt, aber nur mit der Begründung des schuldausschließenden Irrtums. Das heißt, ihm wird zugute gehalten, dass er nicht wusste, dass er womöglich gegen den Heilpraktikerparagrafen verstößt. Grundsätzlich beurteilt man seine Heiltätigkeit jedoch im Sinne des Heilpraktikerparagrafen. Dieser Freispruch kommt also einem richterlichen Heilverbot gleich. Dadurch sind ihm endgültig die Hände gebunden. Durch die Umstände gezwungen entschließt sich Bruno Gröning entgegen seiner früheren Absicht, Heilpraktiker zu werden, um endlich frei wirken zu können. Er stellt am 2. April 1953 einen entsprechenden Antrag. Eugen Enderlin bestätigt Gröning, dass er ihn bereits als Heilpraktiker vorbereitet hat und zur Ausübung dieses Berufes für fähig hält. Auch der Landesverband der Deutschen Heilpraktikerschaft Stuttgart spricht sich positiv aus. Wir bestätigen Herrn Bruno Gröning, dass derselbe auf seinen Wunsch über seine Kenntnisse, die zur Erlangung der amtlichen Zulassung als Heilpraktiker notwendig sind, überprüft wurde. Wir halten dieselben für ausreichend. Bedenken gegen seine Zulassung als Heilpraktiker liegen uns nicht vor. Grönings Antrag wird aber am 12. August 1953 abgelehnt. In erster Linie bezog man sich auf das oberflächlich recherchierte Obergutachten und gab unter anderem folgende Gründe an. Er besitzt nicht die zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde erforderliche sittliche Zuverlässigkeit. Ihrem Mandanten fehlt infolge Schwäche seiner geistig-seelischen Kräfte die für die Berufsausübung erforderliche Eignung. Die Ausübung der Heilkunde durch ihren Mandanten bedeutet eine Gefahr für die Volksgesundheit. Gröning gründet daraufhin am 22. November 1953 den Gröning-Bund. In Zukunft will er nur noch als Vortragsreisender von Glaubensvorträgen tätig sein. Vor allem strebt er einen geordneten Rahmen an und erhofft sich einen gewissen Schutz durch den Bund. Unterstützt wird er unter anderem durch bekannte Persönlichkeiten wie Graf Zeppelin und Graf Matuschka und Freien Anni Ebner von Eschenbach. Er hat sich bei vielen Menschen großen Respekt verschafft. Aus Dankbarkeit will man ihm in seiner schwierigen Situation helfen. Bruno Gröning ist davon überzeugt, dass niemand ihm verbieten kann, Glaubensvorträge zu halten. Er bezieht sich unter anderem auf die freie Meinungsäußerung. Er glaubt, endlich einen Weg gefunden zu haben, der gesetzlich unanfechtbar ist. Gröning baut sogenannte Gemeinschaften auf. Er spricht nun meist im kleineren Rahmen zu den Menschen. Es ist ihm ein Anliegen, den Hilfe- und Heilungssuchenden eine Möglichkeit zu bieten, sich von seiner Lehre überzeugen zu können. Meist stehen ihm dabei private Räumlichkeiten zur Verfügung. Schon bald gibt es in ganz Deutschland regelmäßige Zusammenkünfte. Dabei trifft auch Frau Thiede aus Schleswig auf Gröning und wird von schweren Angstzuständen geheilt. Sie erlebt auch andere Heilungen mit. Wir sind in einen großen Saal reingegangen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen drin waren. 200, 250, kann ich nicht mehr sagen. Jedenfalls, der Saal war knüppelticke voll. Und Bruno Gröning kam und hielt einen Vortrag. Zum Schluss, ziemlich zum Schluss, bevor er anfing zu sprechen, wurde noch ein Mensch reingetragen. Und er wurde hinten im Saal hingelegt. Er konnte alleine nicht gehen. Und ich weiß nicht, wie lange der Vortrag sich hingezogen hat. So anderthalb bis zwei Stunden. Und dann ging im Anschluss Bruno Gröning so durch den Saal, durch die Reihen und fragte mal hier und da jemanden, wie ist es mit Ihnen? Wie fühlen Sie sich? Und wie geht es Ihnen hier? Und unter anderem zeigte er dann auf mich. Ich saß ganz an der Ecke, so ein bisschen hoch an der Wand und sage, und Sie? Und da sage ich, ich habe schon mal eine ungesicherte Stromleitung angefasst und habe so einen Schlag gekriegt. Also so geht es immer durch meinen Körper durch. Während des Vortrags noch sagte jemand aus dem Saal, Herr Gröning, hier hinten liegt einer. Und da sagte er, ich vergesse niemanden. Und wie dieser Vortrag beendet war, da stand dieser Herr auf und ging an die Theke und verlangte einen Schnaps. Die aufsehenerregende Heilung von Thies Pash wird durch einen Erfolgsbericht schriftlich festgehalten. Um diese Berichte bemüht sich der Gröning Bund, um die Heilungen zu dokumentieren. Na ja, da in dem Ort kannte man diesen Herrn ja. Denn es gibt ja Leute, die sagen, ach, das ist nur so Mache gewesen. Aber man kannte ja diesen Herrn. Und plötzlich steht er jetzt auf und läuft. Ich weiß noch nicht, wie lange der gelebt gewesen ist. Es war ein älterer Herr. Und können Sie sich vorstellen, also alle waren vollkommen aus dem Häuschen, wie sowas angehen kann. Frau Thiede wird mit der Zeit eine Mitarbeiterin im Gröning Bund. Er selbst ist sogar während seiner Reisen ab und zu bei ihr zu Gast. Unermüdlich ist Gröning unterwegs und hält seine Glaubensvorträge. Er sagt, Trotz aller Widerstände wird es mir auch weiterhin Gebot sein, meinen Freunden und ihren noch leidenden Mitmenschen zu helfen. Ich bin nicht menschenhörig, sondern gotthörig. Es gibt für mich kein menschliches Gesetz, das mir derartiges verbieten kann. Für mich gibt es nur ein Gesetz und das ist das Göttliche. Während einer Gemeinschaftsstunde lernt Adolf Groth Bruno Gröning kennen. Er hatte Magenkrebs und war von den Ärzten aufgegeben. Der Krieg, der hat uns gestemmelt. Der Krieg hat uns kaputt gemacht. Das war der ganze Seelisch, seelisch kaputt. Wir waren noch keine normalen Menschen im Krieg. Wir waren noch Hyänen. Als normaler Mensch können Sie auch keine schießen. Und da mussten wir. Entweder du oder ich. Ist das doch nicht mehr normal. Unser Leben hing ja am Strohhalm. Und dann sucht man nach etwas. Genauso, wenn man an der Front ist. Man sucht nach einem Strohhalm, wo man sich festhalten kann. Jeden Moment kann das auch sein. Das ist schlimm, wenn man so etwas erlebt. Und da ist kein Wunder, dass wir krank wurden, dass wir seelisch kaputt waren. Ich stand noch mit einem Bein im Grab. Aber so krank war ich. Ich wollte Hilfe. Ich konnte nicht mehr essen. Und wie ich später erfahren habe, mein Hausarzt, der hat gesagt, ich hätte Leberkrebs, hier Magenkrebs. Und dann sind wir da hingefahren. Wie das zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht mehr genau. Irgendwie war mit mehreren Mann. Dann sind wir da hingefahren und dann war also eine Erlösung. Eine Erlösung war das für uns. Für alle, die da gewesen sind. Das war einfach voll. Eine Erlösung war das. Für alle. Also man war wie von neu geboren. So leicht. Und fühlte man sich die Schwere, die war aus dem Körper raus. Und in dem Moment, und auch noch wie weggefahren, da waren wir nicht mehr krank. Wir haben nichts mehr von Krankheit gespürt. Der war weg. Und gleich wie er wieder kam, konnte ich essen. Und kam auch nicht wieder. So einfach. Aber das sind diese Übertragungen von Gröning, seine Kräfte, die er aufgestrahlt hat. Und der Körper wurde aufgelockert und dann hat der Körper wie einen freien Durchlauf, freien Strom, wie man mal so sagen, dann kann alles wieder normal gehen. Und wer das nicht glauben will, dann muss er sein lassen. Aber mein Glauben, den kann mir keiner nehmen. Und ich bin dieser Einzel. Und habe ich damals bekommen und habe ich heute noch. Und ich fahre gut mit. Ich werde alt. Ich bin alt oder werde alt, wie soll ich mich alt? Und das ist das Schönste. Ich freue mich am Leben, dass ich noch da bin und dass ich noch gesund bin. Bereits im Jahre 1950 lernt Bruno Gröning Josette Dufossé kennen. Sie begleitet ihn in der Folgezeit immer häufiger und unterstützt ihn in seiner Arbeit. Sie kommen sich näher und heiraten schließlich im Juni 1955. Bruno Gröning verknüpft dies jedoch mit einer außergewöhnlichen Bedingung. Er hat mir gesagt, du bist nicht die Erste in meinem Leben. Zuerst die Kranken. Und du weißt, was du tun sollst. Entweder du gehst oder du bleibst. Du akzeptierst. Ich sage, ich bleibe. Und deshalb habe ich mit den Kranken gelebt. So. Ich habe mich eingestellt auch. Ja. Ich sage, das war für mich das Schicksal. Und wir waren sehr viel unterwegs. Und sehr oft hatte er Bekannte oder Freunde. Ein ganz Zirkel von Freunden. Die Leute wollten bei ihm bleiben, weil sie haben gespürt, bei ihm es ist eine Änderung im Körper und eine Besserung. Und deshalb immer wollten sie bei ihm sein. Bekannte 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 Und wenn eine Frau oder ein Mann gekommen ist, haben wir gesagt, Herr Krönig, ich habe Schmerz. Da hat sie gedreht, er hat gesagt, wo haben Sie Schmerz? Äh, ich habe keinen mehr. So war es. Und er war weg. Und sie, die Frau schon so, also das ist so oft passiert. Herr Krönig, gehelfen Sie mir, mein Rücken, mein Rücken, mein Rücken, mein Rücken, mein Rücken ist hinten, wir alle anderen. Nein, aber ich habe plötzlich aufgehört. Er war weg. Und er hat aber nicht gefragt, wer sind Sie, woher kommen Sie und es waren Sie so und so. Nichts. Er hat den Rücken gedreht, weg war. Und ich immer hinter ihn. Ja. Ich weise Sie darauf hin, liebe Freunde, wir, jeder Mensch hat es nötig, Gott zu ersuchen, dass er ihn wieder auf den Weg zurückführt, der wirklich von Gott so bestimmt ist. Und so rufe ich Sie, so rufe ich jeden zu. Halt! So du wahrgenommen, dass dieser Weg, den du eingeschlagen, dass dieser Weg nicht der richtige, niemals der gute, sondern nur der ungute ist, dann halte. Dann gehe nicht weiter diesen Weg. Ich sage, auf zur großen Umkehr. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt, die göttliche Kraft. Folge du dem, dem alle zu folgen. Und dieser eine ist und bleibt Gott selbst, liebe Freunde, dem wir zu folgen haben. Denn das Unheil schwindet erst da dann, so der Mensch sich selbst. das heißt, wieder mit Gott verbindet. Glauben Sie an das Gute. Glauben Sie an das Göttliche. Glauben Sie an Gott. Schenken Sie Ihren Körper wirkliche Beachtung. Lösen Sie sich von allem Bösen. Nehmen Sie die gute, göttliche Kraft in sich auf. So werden Sie nicht was, sondern das wahrnehmen, dass das Böse aus Ihrem Körper schwindet. Liebe das Leben, Gott. Gott ist überall. Geld ist Macht. Gesundheit ist Allmacht. Was bei ihm kam, kam aus seinem Herzen. Und das war keineswegs oft als dumm zu bezeichnen, sondern manchmal geradezu als weise. Er konnte also fundamentale Dinge mit einfachen Worten, ich betone immer wieder mit einfachen Worten, bringen, sodass sie jeder verstehen konnte. Und das war auch das, was wichtig war. Und dann war eine Schale nach unten gekehrt, irgendwo gestanden, ich glaube auf dem Tisch, und die nahm er, kehrte sie nach oben, dass die Öffnung nach oben zeigt und sagte, so müsst ihr euch einstellen, nicht umgekehrt. Nur wenn man sich öffnet, kann etwas eingelassen werden, kann man empfangen, sonst ist es nicht möglich. Das habe ich also bei Frau Dichtel erlebt. Er war sehr für Symbolik, an ihm aber alles einfach, verstehen Sie? Das war seine Größe, seine Einfachheit war seine Größe. Obgleich er sich dessen bewusst oder nicht bewusst war, er war es einfach. Und das ist das Schöne an ihm gewesen. Er hat nie geprahlt oder so, nein, habe ich nicht gehört. Er war, wenn man sagt, niedrig entstand ist, nach außen her gesehen. Aber Jesus war auch nur Zimmermann. Was will man denn immer? Das ist kein Gradmesser für eine Persönlichkeit. Ich will für die Menschen nur ein Wegweiser sein, indem ich den Menschen den richtigen Weg zeige, den Weg zum Herrgott. Ich will Menschen wieder zum Glauben zurückführen. Ich frage keinen Menschen nach Religion und Nation. Mensch ist Mensch. Da gibt es keinen Unterschied. Gläubiger Mensch war ich schon immer, auch vor Bruno Gröning. Bruno Gröning hat mich nicht auf einen anderen Weg geführt, sondern hat mich in den Glauben bestellt, den ich vorher schon hatte. Denn auch wenn man richtig glaubt, dann ist das eigentlich nichts Neues, was Bruno Gröning gesagt hat. Bloß so intensiv, wie er mich das gelernt hat, das hat mir noch niemand gesagt. Es heißt ja, es gibt ja Wallfahrts Orte und es gibt Orte, wo irgendwelche Religien sind oder wo einer heilig gesprochen worden ist und der Mann, der dorthin geht oder die Leute, die dorthin gehen, sind auch welche dabei gewesen, die auch gesundet sind. Aber das war für mich klar, dass es sowas gibt. Aber dass Bruno Gröning diese Macht hat, diese Kraft hat, das mir in die Wohnstube zu bringen, das habe ich nicht gewusst. Und das hat er uns gezeigt. Sein Selbstverständnis drückt Bruno Gröning folgendermaßen aus. Ich weiß nicht viel. Ich weiß weiter nichts als nur das, was Menschen heute nicht mehr wissen. Ich will nur ein Wegweiser sein. Ich bin nur ein kleines, winziges Werkzeug Gottes. Und sagen Sie bitte niemals, dass ich Sie geheilt habe. Nein, ich bin nur ein kleiner Vermittler, mehr nicht. Ein winziger Transformator. Wem Wem Hilfe zuteil geworden ist, der soll dem Herrgott dafür danken. Ich bin nichts, unser Herrgott ist alles. Ich muss auch nicht anwesend sein, damit sie die Heilwelle empfangen. Am Körper liegt es nicht. Freunde von uns hatten uns eingeladen und ich hörte nur, da ist ein Heiler und wir sind eingeladen, ich fand das sehr schön und wir sind hingegangen. Ich ging mit Großmagenschmerzen hin, denn ich litt schon seit Jahren an Magenschmerzen. Wir saßen dann in diesem sehr schönen Raum mit ungefähr 15 oder 18 Menschen alles Bekannte von dem Baron Langpuchow und seiner Frau und warteten auf Gröning und wir warteten ziemlich lange. Er hat sich verspätet. Nach etwa einer Stunde ging es Telefon und die Baronin ging raus, kam dann wieder rein und sagte also Bruno Gröning ist bereits in München und er ist mit seinen Gedanken schon hier in diesem Raum und er wird in paar Minuten kommen. Gut, jetzt waren alle sehr gespannt, das hat man gespürt. Und ich merkte nach ein paar Minuten dass meine Magenschmerzen weg sind und hatte jahrelang sehr starke Magenschmerzen beinahe jeden Tag und sehr große sehr starke Kopfschmerzen alles nervlich bedingt. Ja, die Magenschmerzen die spürte ich nicht mehr bevor Gröning in den Raum trat. Ich sah dann plötzlich an der Tür eine Gestalt ich hatte nicht gehört wie er reingekommen war. Ich war schon gesund und ich habe auch niemals wieder Magenschmerzen gehabt. Nach ungefähr einer Stunde war dieser Heilprozess beendet und er ging in den Nebenraum und dann kam meine Freundin und fragte mich wie geht's dir denn jetzt und ich war sehr müde geworden und ich hatte ganz starke Kopfschmerzen da sagte sie dann geh mal ins Nebenzimmer und leg dich da auf die Couch die stand so ins Zimmer rein und das habe ich dann auch getan und ich sah dass hinter einem Paravan Gröning saß mit noch zwei Leuten also ich lag da und nach ganz kurzer Zeit steht plötzlich neben mir und sagt wie geht's Ihnen und sage ich ja ich habe so starke Kopfschmerzen und da sagte er da mache ich immer so also er stand etwa da wo meine Beine sind und sagte da mache ich immer so und fragt dann und jetzt wie geht's Ihnen jetzt sag ich ja ich muss mich erst mal aufsetzen und richtete mich auf und schüttete auch ein bisschen Kopf so die Kopfschmerzen waren weg und ich hatte sehr viel Kopfschmerzen oder Migräne habe ich nicht mehr bekommen meine Mutter die war früher sehr sehr krank die hatte Asthma und offene Beine und dann ist durch irgendjemanden hat sie erfahren dass dort in Essen schon mal ein Herr Gröning hinkommt und dass er eben die Fähigkeit hat ihr auch helfen zu können und dann ist sie ein zweimal ich weiß nicht mehr wie oft da gewesen und kam auf einmal geheilt wieder also ich hatte schwer Asthma es war Herz Nerven und Bronchial Asthma und ich bin immer zu der Ärztin habe die Ärzte auch gewechselt aber keiner konnte mir das abnehmen keiner konnte mir befreien und das war so schlimm mein Mann sagt von sieben Jahren ich weiß nicht genau war es vier oder fünf oder sechs Jahre und hatte immer Erstickungsanfälle da musste ich so schwere Sachen und Tropfen einnehmen da haben alle nichts genützt und hat immer die Erstickungsanfälle waren so schlimm das kann nur mein Mann bestätigen ich bin vom einen Fenster zum anderen gerannt und war furchtbar keine Luft bekommen als wenn mein Hals zugeschniert wäre so schlimm kann ich gar niemand beschreiben was ich durchgemacht habe als ich bei Bruno Gröning war da habe ich schon gespürt da ist mir auch so gerieselt durch den ganzen Körper dass da was vor sich geht und da habe ich als ich mich verabschiedet hat hat er gesagt bleiben sie so wie sie sind und wenn sie jetzt zurückkommen da meinen sie es wird noch schlimmer wie es vorher war und dann kommt die Reaktion und dann ist alles wieder in Ordnung und so war es ich war zu hause und habe mich in meinen breiten Ledersessel gesetzt wo vorher auch und konnte nicht schlafen da kamen so Schmerzen dass ich geschrie habe zu meinem Mann jetzt wird es noch schlimmer und dann war es aus auf einmal war es aus und seither bin ich gesund gewesen die ganze Jahre die viele Jahre von Asthma nichts mehr gespürt der Heilungsbericht von Frau Wilhelmsen wird ebenfalls schriftlich festgehalten sie bezeugt eides stattlich was sie an ihrem eigenen Körper erlebt hat der eine Arzt in Duisburg der hat es für gut gehalten der hat gesagt es ist menschen unmöglich dass sie noch mal gesund worden wäre und das habe ich dem Herr Gröning zu verdanken und unserem Herr Gottsch hat er gesagt ähnlich wie Frau Wilhelmsen erleben viele Menschen wie in der Homöopathie vor der Heilung eine Erstverschlimmerung Bruno Gröning erklärt diesen Vorgang wie folgt wenn sie mal hier und dort Schmerzen bekommen so fürchten sie nichts denn das sind Regelung schmerzen da wo alles in Unordnung war muss die Gesundheit sich diesen Weg erkämpfen und so lange daran arbeiten bis das kranke Organ wieder in Ordnung ist als ich zum ersten Mal zu Bruno Gröning kam da setzten wir uns gleich in der letzten Reihe weil ich irgendwie Angst vor ihn hatte so irgendwie so ein Wunderheiler oder sonst was ich habe ihn auch so richtig gar nicht angeschaut weil ich dachte die Augen die hypnotisiert dich oder sonst was und dann als ich mich dahin gesetzt hatte dann sagt er allgemein wir möchten uns ganz locker hinsetzen nicht verkrampfen alles locker halten und in uns kehren und er würde dann sehen und mit fühlen was wir für Probleme und Anliegen hätten und dann habe ich das auch gemacht habe ich gedacht wenn mir doch bloß geholfen würde dass ich in mich gekehrt so erlebt ein paar minuten war dann ganz still er war auch ganz still und die anderen auch alle und dann als der abend vorbei war von da an nahm ich tatsächlich jeden Tag sagen wir jahren habe ich 40 pfund abgenommen ohne eine diät ohne weniger zu essen oder mehr zu essen im gegenteil nach einem jahr als meine mutter dann feststellte dass ich so abgenommen hatte da tat sie noch extra mal gute butter und alles aufs brot schmieren weil sie annahm dass ich krank war schickte mich auch zum arzt hin der meinte denn das ist ja nur vom vorteil dass ich abgenommen hätte aber dem habe ich natürlich nicht gesagt dass ich da so bei diesem wunderheiler gröning war nicht aber mein inneres gewissen sagte mir dass der tatsächlich geholfen hat beim ersten zusammensein mit bruno gröning war ich so neu und so skeptisch und das wichtigste war mir dass ich nicht hypnotisiert werden wollte auch nicht zugeriert wenn es um geistige kräfte geht dann muss man ja aufpassen ich hatte nämlich ein erlebnis bei einer öffentlichen veranstaltung jahre vorher bin ich auf die bühne gegangen und habe erlebt wie man mich hypnotisiert hat und ich hatte lange kopfschmerzen nach und habe mir damals geschworen nie wieder und wie ich jetzt hier den heilstrom erlebt habe habe ich erkannt das ist ganz was anderes das hat mit hypnose nichts zu tun hypnose ist eine suggestive Kraft und die hatte er nicht er hat eine heilende schwingung ausgesandt aber nicht dieses wie es bei der hypnose ist nein nein das hat damit gar nichts zu tun er war absolut gegen hypnose nein absolut niemals niemals nein er hat gesagt er darf nicht die 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 willen von dem menschen nehmen nein niemals das bei ihm muss man nur fühlen wenn er kommt man muss ihn fühlen ja Bruno Gröning sagt Hypnose ist das böse das darf der mensch nicht anwenden ich übe keine suggestion aus jeder hat den freien willen das beispiel von frau diller macht dies sehr deutlich einmal habe ich etwas sehr eindrucksvolles erlebt da war ich bei meiner freundin in der gleichen wohnung ganz allein mit ihr und wir haben uns unterhalten und wir haben dann Patienzen gespielt und zwar ganz still und zwar ein heißer tag offen mal geht das telefon und sie geht raus schließt die türen ich habe nichts gehört und ich habe gewartet und ich habe eigentlich gar nichts gedacht ich war auch ein bisschen müde plötzlich merke ich ein leises kribbeln in den Fußsohlen und es ging immer höher ganz langsam und ich dachte mir was soll denn das Gröning ist hier gar nicht da und es ging immer weiter es ging durch den ganzen körper in die Hände Arme und Hände ich konnte die Karten die ich hier so gefächert hielt nicht mehr halten die habe ich hingelegt und ich war voller Strom so stark wie nie denke ich was soll denn das nur nach einer Weile geht die Tür auf und meine Freundin kommt rein und sagt schönen Gruß von Bruno Gröning der hat eben angerufen und lässt dich grüßen ich hatte nicht einmal gedacht das könnte Gröning sein ich habe ich habe Heilungen erlebt und zwar ganz eigenartige er war in Klagenfurt und da hat er habe ich gesagt ich muss mich leider verabschieden ich habe heute Nachtdienst und er hat gesagt ja ich begleite sie und da hat er mich die zwei Stockwerke hinunter begleitet bis auf die Straße und da habe ich nicht das Gefühl gehabt dass ich die Stufen berühre es war so leicht unten hat er meine beiden Hände genommen und hat gesagt Schwester Maria ich gebe Ihnen heute sehr viel mit und ich habe ihm dafür gedankt ich war sehr glücklich und ich bin gleich ins Krankenhaus und auf die Abteilung wo ich den Dienst machen musste und da kommt mir eine Patientin entgegen und habe ihre beiden Hände genommen und sie hat gesagt mein Gott bin ich glücklich mein Gott ich bin jetzt so glücklich und sie sollte am nächsten Tag operiert werden und ich sollte sie zur Operation vorbereiten und dann war sie sie hat immer nur wieder immer wieder geholt ich bin so glücklich dann habe ich gesagt gehen sie hinüber zum Oberarzt und sagen sie ihm er möchte sie noch einmal untersuchen vor der Operation und der Oberarzt hat das gemacht und hat einen Chefarzt geholt und am nächsten Tag durfte sie gesund heim gehen sie hat einen Tumor dann wurde keiner mehr festgestellt ein weiteres Zeichen dafür dass Gröning keine Hypnose anwendet ist seine Einwirkung auf Tiere ich hatte einen Pudel und der hieß Baby und der war so schwer krank und wir haben schon verschiedene Ärzte konsultiert und die haben ihn aufgegeben und haben unsere Bekannten gesagt ich soll Gröning anrufen er wird helfen und das habe ich dann auch gemacht und er hat mir am Telefon gesagt sie haben den Hörer in der linken Hand und das war auch so und wenn sie den Hörer aus der Hand legen dann streichen sie ihren Hund vom Kopf bis zum Schwanz dreimal runter und er wird gesund werden zuerst noch viel brechen und Durchfall bekommen sehr schwach sein aber er wird gesund werden hat er gesagt und das ist auch eingetroffen und er hat lange gelebt auch noch und er hatte Stuttgarter Seuche gehabt damals hat es noch kein Mittel gegeben dagegen und aber der Gröning hat ihn eben geheilt Bruno Gröning hat einen engen Bezug zu Tieren und zur gesamten Natur er sagt der Mensch ist so weit gegangen mit seiner Kunst mit seinem Wissen und Können dass er tatsächlich in der Lage wäre all das Natürliche zu vernichten wer glaubt sich der Natur die der Herrgott hier so schön für uns Menschen geschaffen hat entziehen zu können der soll gehen wohin er will da liegt der Fehler da liegt alles das ist es was dem Menschen fehlt die Natur zurück zur Natur zurück zu unserem Herrgott zurück zum Glauben an den Herrgott und zum Glauben an das Gute im Menschen wir Menschen sind alle ohne unseren Herrgott gar nichts wir alle sind und bleiben Kinder Gottes der einzige Vater den wir haben ist und bleibt unser Herrgott Jder . . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020